In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr aus lebender Fantasie Tiere erstellen könnt. Zuerst geht ihr dafür auf den Laden unter Produktion und kauft lebende Fantasie. Die platziert ihr dann auf eurer Farm. Klickt auf diese Blase und ihr könnt aussuchen, welches Tierwesen ihr erstellen wollt. Wir entscheiden uns jetzt mal für den Hamster. Dafür braucht ihr Fantasie. Die könnt ihr von Freunden nehmen. Oder eure eigene erstellen und fertig. Dieser Hamster gibt euch dann eine kleine Belohnung.